Warum wollen Sie bitte anhalten? Ja, weil Sie an einer nicht genehmigten Versammlungsverein leben. Nein, wir gehen hier einfach nur spazieren. Sie bleiben jetzt hier stehen, habe ich gesagt. Wir gehen einfach nur spazieren. Bleiben Sie mal stehen. Es ist doch hätte es sein, wenn Sie so nicht stehen und spazieren. Ja, und Sie sollen jetzt stehen bleiben und Sie brauchen mich nicht anschreien. Du hast mich zuerst, dass Sie nicht gefallen sind. Ja, weil Sie nicht weggeben sind. Bitte was zu? Die kommen bitte her. Lass mich da los. Die sind beschuldigt, haben sich auch verfahren und ich hätte jetzt gerne Ihren Ausweis. Nee, ist nicht möglich. Moment, ich bin nicht selber. Pass auf, mach, das liegt nicht selber. Es ist nicht gut. Wegen Beleidigung, weil Sie nicht politisch sind. Ja, genau. Ich habe Sörber nicht beleidigt. Nur weil Sie politisch sind. Also machen, was Sie... Ich darf mich deswegen politisch nennen, oder was? Pass auf, wer mich antasst, ist von mir eine politisch. Du hast mich angepasst. Ohne Grund. Weil Sie nicht stehen geblieben sind. Nein, gut, warum soll ich stehen bleiben? Was für Grund hast du, mich anzuhalten? Was für Grund hast du, mich anzuhalten? Habe ich Ihnen gerade gesagt, Sie nehmen einen nicht genehmigten Versammlung. Ich stehe hier einfach nur spazieren. Und ich gehe jetzt weiter.